Alter, das ist echt scheiße, man. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wohin, ey. Ich verstecke mich den ganzen Tag, seitdem ich mit euch Bier trinken war, habe ich nur noch Schiss, ey. Und weiß nicht mehr, ob ich rausgehen soll oder nicht. Ihr habt gesagt, das wäre sowas wie ein indirekter Aufnahmeantrag. Und dass der Glimmer, dass der, der ist ja überhaupt, der ist nie wieder aufgetauft. Und jetzt habe ich echt Angst, dass sie mich verfolgt und dass sie mich irgendwann in den Mangel nimmt. Und deswegen gibt es für mich nur noch einen logischen Schluss. Dass ich mich lieber freiwillig zum Test bewerbe. Prospektbewerbe. Und somit geht los. Ich halte euch die Haare hoch, wenn ihr Surfköpfe mal wieder gereiert habt oder mache ihn euch sauber. Auch die Drecksarbeit mache ich für euch. Mit Geimer ist ein Würstchen gegen mich. Ich kann euch einen von meinem Yoga klötzen, nein, ich habe zwei. Keine Ahnung vom Kochen, aber ich kann gut essen. Wenn es um krass Aufen geht, schicke ich sie da vorbei. Ein Meister der Tarnung. Wenn wir derweil ein bisschen auf den Hintern. Ja. Guten Hintern hat er auch. . Ich kann doch mal den Babysitter machen. Äh, sag mal Henne, wer ist denn beim TUS eigentlich Präsident? Ich glaube, die haben wohl keinen Präsidenten. Ja, hä? Und warum bewirbst du dich denn als Prospekt? Stimmt. Hiermit bewerbe ich mich zum Präsidenten. Ich bin beim Besitzer eines Samenclubs. Ich bin beim Besitzer.